so ihr lieben da bin ich wieder mit dem zweiten versuch und ich hoffe dass wir diesmal da anhalten können ach musste gerade in diesen hey das ist erwartet so jetzt noch 100 meter ab jetzt der leistung 2 und dann wieder versuchen rund um 1 und 2 und 1 2 1 2 1 2 ha 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 so komm diesmal muss es aber klappen na dann so diesmal halten wir an ja noch ein bisschen kommt noch ein bisschen zukommt hier hat das jetzt erstmal geklappt dings auf neutral stellen so da muss das ding noch irgendwie da rein merkwürdigerweise so mittensignale auf aus dann machen wir hier aus so gehen wir auf den anderen fahrer sitzt da klar auch ja komm so den richtungs dingen auf moment vorwärts ach jetzt die dinge warum das der mann das ist doch tageslicht an bremse lösen die ist gelöst die automatische bremse ist gelöst die automatische bremse ist gelöst ja moment ja bremse ist gelöst so und leistung erhöhen ja gut dann machen wir das jetzt hier nochmal bis zum signal es war ich sogar so mit 30 km h bin ich gleich da wobei das jetzt doch vielleicht ein bisschen zu schnell ist aber naja da lalala 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 so dann ein bisschen runter machen wir das mal so so wie dann darf das jetzt auch nicht werden seltsam aber gut so die 600 meter die speicher ich jetzt erstmal sollte das noch mal irgendwie schief gehen dann bräuchte ich noch mal die ganze Strecke fahren ha 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 so le bamm 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 noch 500 ja ja der Zug der macht mich klug ba da 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 so komm mit der deutschen Bundesbahn wollte ich mal nach Frankfurt fahren doch Frankfurt war nicht da auf der den Furcht in die USA ja so bremse anlegen einmal kurz wieder lösen ha ding 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 so ich mach einfach mal leerlauf das dürfte reichen so wow hier steht 60 dürfen wir fahren sollen auch nicht mal die 18 hier so art reichen brems doch alter kommt bremse 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 nicht über die Ampel so und nun stellwerk kontaktieren wo ist denn vor dem liegenden gebliebenen Zug ähm scheibenwässer warte mal wo ist denn heiße platte was heiße platte hoch niedrig dürfte ich nicht ah ja hier scheibenwässer ja nun äh aber der andere geht er noch ha gut dann äh fahren wir weiter 642 gut gut ähm so bremse ist gelöst kann ja wieder etwas schneller fahren haha gut noch 500 meter ja im leerlauf dauert das ewig nur sieht auch wie hier so knappe 20 sachen drauf ist kommt so viel viel weiter als die 500 meter so das ab 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 also 200 meter ab 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 Dann noch 150, 140 Ich nehme den ersten Gang hier Okay So Die Kupplung auf... Hä, was? Hä, was? Ne, da doch nicht Ist das draußen? Hä? Aha Okay Aber da Der fällt da sein Rohr aus So Man muss das ja alles wieder kennenlernen Vorwärts kommen Ja, ja, gut Langsam vorwärts Na klar, langsam So Ganz langsam Das geht zwar hoch, aber noch fahren wir nicht Aber gleich Einmal kurz den zweiten Gang rein, so sogar Leistung 2, fährt aber immer noch nicht Äh Äh Dann jetzt nochmal Zweiten rein So Bisschen länger drin lassen Jetzt fahren wir Wir fahren noch nicht Moment Wir müssen doch jetzt langsam hier mal fahren Jetzt bewegt er sich Jetzt bewegt er sich Also der Zug Äh Das ist richtig Langs, hallo Habe ich irgendwo noch eine Art Brems oder sowas drin? So Ankuppeln Ankuppeln Noch nicht So Richtungswender auf neutral So, neutral Ja Geh doch da rein, du Mistding Äh 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 Ähm Aus Ähm So Gehen sie an andere Ende des Zuges und setzen sie jetzt noch für Okay Okay Dann, 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 so Wow Lalalalalala Ui, was ist das denn hier? Ähm Ui, schon wieder hier Okay Ähm 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 Es scheint auch nur diese eine kleine Ecke da zu sein So Dann machen wir einfach mal Stürmer uns nicht da dran Weiterfahren Park Bremse lösen Das ist Spitzensignal, wir müssen erstmal hier Hecklichter auf an Hecklichter, äh, was so Kennlichter so Hecklichter da 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 lalalala Toll Warum soll ich denn jetzt da wieder hin? hier bei der störung vorbei ja das ist ein gefährlicher bahnhof ein bahnhof mit viel schlamm oder so warte mal wenn wir jetzt hier einsteigen so und hier lang gehen sieht man das auch von hier drin lustig ja ach mein armbluck leute wo wollt ihr hin zum killmann ja oder wollen so die tür geht da nicht auf gut dann henne ein onkel freddy oder so ähnlich der gleicher sitzen bleiben können wir sollten der köpfe richtig angekuppelt und bereit loszufahren ja waren sie rüber nach ort kommen sobald die signale ihnen freie fahrt geben ja ich habe ja freie fahrt da ist doch grün ist das nicht so moment ich muss erst mal hier wieder mein ding raus holen und dann nach vorne auf vorwärts und dann ja 8 tageszahl was wieso soll ich denn hier in tageszeiten einstellen automatisch bremst ja ok lassen 1 ok ok com on a 10 uhr 15 was wie bitte 45 minuten ich fahr mit euch jetzt keine 45 minuten hier am stück durch das könnt ihr vergessen ok dann würde ich sagen mal hier erstmal schluss kann das erstmal auch zwischendurch speichern weil sonst muss ich wieder normales laufen oder was auch immer so gut und dann würde ich sagen es sind 52 kilometer alle das zeige ich euch jetzt nicht ich zeige euch keine ahnung den letzten kilometer oder sowas ich muss jetzt hier dann echt 45 minuten lang fahren ach du heilige maria ok dann also wie gesagt bis in folge da sehen wir uns auf alle fälle wieder bis dahin ja verpasst den zug nicht jeweils ihr macht das nicht verpassen bis dann bei bei